Das ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass es zu Sachbeschädigungen gekommen ist. Nein, nein, es kann nicht... Moment mal, die Bordmaschine ist schon einmal so dermaßen in die Wand gedrückt, weil ein Nagel nicht rein ist, dass es in eine Ecke fällt. Und diese haben wir müssen flicken gehen. Und schlussendlich hat sich herausgestellt, dass man sie gar nicht mehr flicken kann. Und dann müssen sie eine neue kaufen. Es wäre nicht nötig gewesen, wenn sie nicht an den Boden fallen. Ja, aber... Und das hat mich einfach aufgeregt, oder? Das ist nicht... Ja, aber so aufregen, wenn ein Nagel nicht in die Wand geht, ist das auch nicht ganz natürlich. Aber du regst dich auch auf, oder? Aber ich benkele keine Bohrmaschine an den Boden. Da baust du auch keine Lacher, oder? Hey, 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 hey! Spann dich mal, Hans, bleib ruhig, ganz ruhig! Das sind Herr und Frau Schneuli. Sie kommen im Fernsehen. Und sie sind enorm stolz darauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues. Das war's.